Die Ostsee. Sie besitzt mit ca. 70.000 Quadratkilometern die größten Sauerstoffmangelgebiete der Erde. Die hochindustrialisierten Anrainerstaaten verursachen erhöhte Nährstoffeinträge. Das passiert zum Beispiel durch Düngung, Abwasser und Industrieabfälle. Dabei gelangen Nitrate und Phosphate in die Erde und somit auch in die Ostsee. Diese Einträge verursachen eine erhöhte Biomassenproduktion im Meer. Durch die erhöhte Biomassenproduktion entstehen unter anderem Blaualgen. Diese sinken nach ihren Absterben in die Tiefsee hinab, wo sie dann von Bakterien zersetzt werden. Bei diesem biologischen Prozess wird Sauerstoff verbraucht. Das führt zu einer Sauerstoffarmut oder gar gänzlichen Fehlen des Sauerstoffes in der Tiefsee. Da die Ostsee ein halbgeschlossenes Meer ist, besitzt sie von Natur aus weniger Sauerstoff als z.B. die Nordsee. Um an frischen Sauerstoff zu gelangen, benötigt sie MBIs. Das sind Major Baltic Influence. Ein wissenschaftlicher Begriff, der den Zufluss frischen Salzwassers aus der Nordsee beschreibt. Bei diesem Zufluss gelangt das Nordseewasser in die tiefen Regionen der Ostsee. So z.B. in das Gotlandtief, der drittiefste Punkt der Ostsee. Um dorthin zu gelangen, müssen bestimmte Wetterbedingungen herrschen, um die verschiedenen Becken und Schwellen zu überwinden. Sonst kann es passieren, dass das frische Nordseewasser es nicht bis in die Tiefen der Ostsee schafft. Und die Sauerstoffmangelgebiete keinen frischen Sauerstoff erhalten. Sonst kann es passieren. Sonst kann es passieren, dass das frische Universität ged�det. Und das für den Zufluss im Sohnnzeug sind. Und die Autofarbeitung dafür gibt, dass die Menschen besitzen. Und jedenfalls ist natürlich noch expands. Vielen Dank.